Ja, ein Apfel frisch vom Baum gepflückt, der schmeckt einfach am besten. Solche malerischen Apfelbäume, die gehören eigentlich in jeden Garten. Mit einem Apfelbaum fängt ja auch oft die Gartenplanung an. Jetzt braucht es aber einiges, damit solche Bäume ihr Leben lang gesund bleiben und gute Früchte tragen. Und da ist eine Pflegemaßnahme unabdingbar. Das ist der Schnitt. Also ohne den richtigen Obstbaumschnitt werden die Bäume nicht so sich entwickeln, wie sie es gerne hätten. Wir haben deshalb, weil es gibt unglaublich viel Information, die wichtigen Infos zusammengesucht und in fünf Filme gepackt. Egal, ob sie jetzt mit einem jungen Baum anfangen, den sie gerade pflanzen, oder ob sie ein altes Grundstück übernehmen, so wie das hier, wo alte Bäume gepflegt werden müssen. In jedem unserer fünf Filme werden sie die richtige Anleitung finden. Los wird es gehen mit den Grundlagen des Schneidens, also welches Werkzeug braucht man, wie wird es richtig angesetzt und benutzt. Dann gibt es den Pflanzschnitt, denn wenn Sie einen Baum pflanzen, braucht er einen ganz speziellen Schnitt am Anfang. Der Erziehungsschnitt ist schließlich für junge Bäume, wo die Krone aufgebaut werden soll. Und der Erhaltungsschnitt, ja, da geht es um die alten Bäume, damit die auch jung bleiben. Und schließlich gibt es ein Spezialthema, das ist der Sommerschnitt. Also, Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Reihe von Anfang bis Ende schauen oder sich genau den Film rauspicken, der auf Ihre Situation zugeschnitten ist. Wir starten mit den Grundlagen zum Obstbaumschnitt und dazu habe ich genau den richtigen Experten hier an Bord. Martin, Martin Rost, Diplom-Ingenieur für Gartenbau und du bist den ganzen Tag eigentlich in der Baumschule unterwegs und kennst dich mit Gehölzen jeder Art und ihrem Schnitt gut aus. Warum muss man einen Apfelbaum eigentlich schneiden? Warum kann man den nicht wachsen lassen, wie man will? Oh, das hat fast viele Gründe. Also man muss bei einem jungen Baum schon eingreifen, wie hier, damit man den richtig erzieht und der richtiges Holz ausbildet. Und bei einem alten Baum muss man regulierend eingreifen, damit er nicht zu dicht wird und zu groß und vergreist. Also so struppig wird wie hier. Ja, und wenn die Krone nicht ausgelichtet worden ist, dann sind die Früchte entsprechend klein. Das sieht man hier ganz gut, wenn da nicht genug Licht in die Krone fällt. Das ist ein Apfel von einem gepflegten Baum und so sehen sie aus, wenn sie ungepflegt sind. Jetzt gucken wir uns mal solche Äste genau an. Dann kann man nämlich auch sehen, wo die Knospen entstehen für generatives und vegetatives Wachstum. Ja, also man hat hier zum Beispiel einen Ast, der hat sogenanntes generatives Wachstum. Das heißt, der macht Blüten und Früchte oder ist dazu in der Lage. Und dann sieht man hier schön die Knospen, wie sie schön abstehen vom Ast. Also so richtig abspreizen und schön dick und rund sind. Das sind die Blüten für nächstes Jahr. Und im Vergleich dazu könnten wir mal vielleicht an unserem jungen Bäumchen hier zeigen. Ja, an dem ist das ganz anders. Das ist ein junger Baum. Der blüht noch nicht und der fruchtet noch nicht. Das wird noch eine Weile dauern. Bestimmt ein, zwei Jahre. Und dann sieht man hier ganz andere Knospen. Ganz winzig. Sie liegen direkt am Stamm an. Und das gibt nur Trieb und Blätter. Keine Früchte. Es gibt also ganz viele verschiedene Schnittanleitungen, die über das Leben eines Baums verteilt sind. Aber zum Wachstum gibt es noch eine wichtige Sache zu klären. Viele Leute denken, dass so ein Stamm sich mit der Zeit in die Höhe streckt. Dem ist aber nicht so. Dem ist gar nicht so, nein. Also das ist zum Beispiel, die Höhe wird festgelegt mit dem Verzweigen der Triebe. Das heißt, den würde man eigentlich nur wegmachen. Dann würde man hier einen Kronenansatz haben und dieser Teil wächst dann auch nicht mehr. Das heißt, nur die Triebe hier gehen noch in die Höhe und dieser Teil nicht mehr. Kronen fängt hier an. Das ist jetzt ein sogenannter Buschbaum. Ein Buschbaum. Hier habe ich einen anderen, der entsprechend größer ist. Da würde dann später sogar eine Bank drunter passen. Das ist ein sogenannter Hochstamm oder ein knapper Hochstamm. Der ist ein bisschen niedrig. Und hier sieht man, dass der aufgeastet worden ist. Und dann diese Höhe zu erreichen. Man fängt hier die Krone an oder vielleicht sogar da. Und das Teil wächst auch nicht mehr weiter, sondern nur hier wächst der Baum von in Höhe erreichen. Also man muss sich schon in der Baumschule genau damit befassen, wo der nachher im Garten stehen soll, der gute Baum. Und ob man eine Bank drunter setzen möchte oder auf Hüfthöhe Äpfel ernten möchte. Ja, es hängt also vom Alter des Baumes ab, wann wie geschnitten wird. Aber das ist ja unser Grundlagenfilm. Und da geht es in erster Linie auch ums Werkzeug. Man braucht gutes Werkzeug, Martin. Was nimmt man? Ja, da gibt es grundsätzlich zwei Sachen, die ganz wichtig sind und unumgänglich. Das ist einmal die Schere, wie wir hier zwei verschiedene Varianten haben. Und ganz wichtig daneben ist noch die Säge. Auch zwei Varianten hier. Einmal diese japanische, die jetzt vermehrt benommen wird. Und die klassische Bügelsäge, wie sie früher auch genommen wurde, die auch ihre Berechtigung hat. Gibt es so eine kleine Regel, wo man sagt, ab der Dicke nimmt man die Säge und bis zu der Dicke? Und man sagt bis Daumenstärke, nimmt man eine Schere. Wenn man viel Kraft hat, kann man auch dicker schneiden. Und ab dann auf jeden Fall die Säge, weil da kann man auch ganz dicke Säge mitschneiden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man gutes Werkzeug nimmt. Denn wenn man preiswerte Ware nimmt, dann kann das passieren. Hier ist ein etwas daumendickerer Ast mitgeschnitten worden, das Metall ist gebrochen. Also man braucht gutes Werkzeug. Was ist das noch hier für ein Mordsgerät? Das ist ein Spezialmesser, was Gärtner oder Obstwaren verwenden. Das ist eine sogenannte Hippe. Da kann man sehr schöne glatte Schnitte mitmachen, sollte aber nur vom Fachmann verwendet werden, weil das ist nicht ganz einfach damit umzugehen. Erfordert viel Übung. Ja, genau. Dann sollte man vielleicht kurz noch sagen, wichtig ist, man soll sie pflegen, die Geräte. Ja. Und ab und zu muss man auch desinfizieren. Genau. Pflegemittel, Öl, verschiedene Desinfektionsmittel, alles wo Alkohol drin ist, Benzinspiritus zum Abtöten von Keimen. Alles klar. Ja, dann wollen wir mal ran an das Objekt der Begierde und dann schauen wir uns an, wie geschnitten wird, denn da kann man auch Fehler machen. Jetzt haben wir hier ein schönes Beispiel von jungen Trieben von diesem Jahr an einem Apfelbaum und man sieht, dass an den frischen Trieben die Blätter aus ihren Knospen ausgetrieben sind. Und jetzt, wenn man diesen Trieb schneiden würde, wie würde man das machen? Ja, dann würde man einfach hingehen und an den Knospen, wenn man die hier ein bisschen freilegt, da ist eine, da ist eine, also nicht mittig schneiden oder hier, sondern möglichst knapp. Also wenn man jetzt hier so ziemlich weit oben schneidet, dann hat man hier die Knospe und hat hier so einen Zapfen. Und das ist falsch. Also man sollte möglichst knapp über der Knospe schneiden, damit das hier optimal verheilen kann. Was würde passieren, wenn so ein Zapfen stehen bleibt? Das kann man, glaube ich, hier drunter sehen. Ja, da haben wir ja ein schönes Beispiel genau unten drunter. Da ist dann falsch geschnitten worden, hat man hier einen Zapfen, der zurück trocknet und das Auge, was darunter liegt, also dieses Knospe hier, mit beeinflusst und das würde auch wahrscheinlich kaputt gehen. Also man müsste hier bündig schneiden. Solche Zapfen sind immer Eintrittsstellen für Krankheiten, weil die nicht mehr mit dem Baumsaft wirklich versorgt werden. Da ist, die trocknet ein, weil kein Saftfluss ist. Saft kommt immer nur bis zur nächsten, bis zur nächsten Knospe und alles, was da rüber ist, trocknet ein. Gibt es auch eine Regel, wie die Knospen stehen müssen? Denn die sind ja eigentlich rund um den Ast immer angeordnet. Aber man kann nicht oberhalb von jeder Knospe schneiden. Nein, man sollte eigentlich eine Knospe nehmen, die nach außen schaut. Das heißt, wenn wir den Ast ein bisschen höher nehmen hier, so. Dann sollte man also nicht jetzt so eine Knospe nehmen wie wir, die würde in den Baum rein wachsen, sondern eine, die nach außen zeigt. So wie diese auf der Seite. Genau. Auf der anderen Seite ist noch eine. Und dann würde die raus wachsen nach hier, aus dem Baum. Jetzt haben wir gesehen, dass man direkt oberhalb einer nach außen zeigenden Knospe schneidet. Aber muss man denn auch ganze Äste mal rausnehmen? Ja, sicher. Das ist sogar ganz wichtig. Das kommt ganz oft vor. Ist sogar nötig bei älteren Bäumen da, um richtig Licht reinzukriegen. Dann schneidet man auf Astring. Das heißt, man schneidet nicht ganz an die Rinde ran, sondern ein bisschen Abstand, sodass ein kleiner Ring bestehen bleibt. Da sind noch schlafende Knospen. Das heißt, der kann auch austreiben. Und da ist Gewebe, was die ganze Wunde verheilt. Ist das eigentlich egal, wie rum man jetzt die Schere hält beim Schneiden? Nein, das ist ganz wichtig, dass man das richtig macht. Und zwar die Fläche hier ist die Schneidfläche, wie beim Messer. Die muss zur Pflanze zeigen, also zum Ast. Und dann wird glatt abgeschnitten. Wenn man die das andersrum machen würde, dann würden Quetschungen entstehen an dem Gegenstück der Schneide. Jetzt kommt ein Fall für die Säge. Die kommt natürlich auch zum Einsatz. Und da geht es um dickere Äste. Aber die kann man nicht einfach so sägen, sondern das geht auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn man dicke Äste hat wie diesen hier, der hat so 6-7 cm Durchmesser, dann macht man einen Vorschnitt. Das heißt, man sägt erst mal unter dem Ast, wenn es geht, bis zur Hälfte. Bei großen Ästen wird das nicht möglich sein. Und dann fängt man oben an zu schneiden. Ein bisschen näher dran. So, dass man nachher einen kleinen versetzten Schnitt hat und das dann so aussieht. Aber das bleibt jetzt nicht stehen? Das bleibt nicht stehen. Wir haben jetzt dem Ast nur das Gewicht weggenommen und machen dann den Endschnitt. Und der wird an einem Seitenast angesetzt. Und da war. Was wäre passiert, wenn du einfach von oben runtergeschnitten hättest einmal? Ja, dann wäre der Ast wahrscheinlich eingerissen in der Mitte und hätte einen Stammschaden verursacht oder einen Astschaden. Und das sind Eintrittsworten für Keime, Pilze etc. Und es verheilt viel schlechter. Und jetzt nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Schneiden Sie immer knapp oberhalb einer Knospe. Wählen Sie immer eine Knospe, die nach außen steht, also aus der Krone herauszeigt. Schneiden Sie auf Astring. Und sägen Sie dicke Äste in drei Schritten ab. Erster Schnitt unten. Zweiter Schnitt oben. Und am Schluss auf Astring. Tja, mit diesen Grundtechniken ausgerüstet könnten Sie eigentlich sofort mit dem Schneiden loslegen bei Ihren Bäumen. Aber jetzt hat der eine einen jungen Baum gepflanzt, der andere hat einen alten Obstbaum im Garten. Was für jeden Baum genau passend ist, welche Schnittanleitung es gibt, das sehen Sie in den anderen Filmen unserer Reihe. Viel Erfolg! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020